Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder mit euch. Das ist Mami ihre Hand, ja? Und wir basteln heute ein Armband, so wie dieses cool hier, mit diesen verschiebbaren Knöpfen für meine Mitschüler. Und ja, zuerst muss man da unten einmal durchfahren mit irgendeinem Band. Oder so, jawollah. Und dann fährt man da oben wieder durch, wie ihr seht. Ja. Das ist auch ganz cool. Das ist ein ganz cooler Tipp für Freunde oder so. Oder Freunde lang. Natürlich im Mund nehmen kurz. Ein bisschen lutschen. Und manchmal auch so machen. Stimmt's? Aber das schneiden wir natürlich noch ab. Ja, genau. Weil sonst wäre es ja auch schon ein bisschen eklig. Und ja, die Stella. Ja. Und dann schaut meine Mama mal zu, wie die das macht. Erstmal muss man es so überkreuzt halt so hinlegen. Und dann so eine Schlaufe machen. Und dann so drüber, über die zwei Bänder. Dann noch einmal runter. Und dann runter. Wieder rauf. Wieder rauf. Und dann durch. Ja. Und dann durch halt und sortiert. Falsch. Leute. Wenn meine Mama es richtig hat. Oh. Am besten zeige ich es so. Hey. Schau mal, was die Stella noch macht. Die hat Wolle geklaut. Ich bin falsch. Warum bin ich falsch? Da bin ich falsch. Meine Mama muss noch eine Kutche belegen. Und jetzt geht es los. Und da rauf. Und dann da rein. Meine Mama hat es noch nicht so oft gemacht. Nur bei den ganzen Bändern. Nur sechsmal. Ja. Siebenmal jetzt. Aber das ist jetzt groß, das ist spannend. Ihr seht, wie meine Mama das macht. Ich habe einfach das hunderte Glas von der Schule mitgenommen. Das geht nicht, weil das geht zu groß, das geht das. Oh nein. Tut mir leid, Schlauch. Ich muss das abschneiden, sonst habe ich viel zu viel Ball. Meine Mama. Genau wenn ich ein Video drehe, muss es falsch laufen. Ist eigentlich immer so, oder Leute? Bei euch auch? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, aber jetzt. Genau. Weil wir haben uns ein Video von Do-It-Yourself angeguckt. Und da haben die dasselbe bei einer Handykette gemacht. Einfach bei einer Handyhülle. Und ich filme übrigens mit dem Handy und lade es auch mit dem Handy hoch. So, der erste Knoten ist fertig. Man kann natürlich auch solche Schmetterlingsknöpfe nehmen. Oder Herzen. Machen wir noch den zweiten Knöpfe. Ja. Zweimal muss man es machen, weil dann kann man es richtig gut verstellen. Und das ist für die Frau Lehrerin. Für die Frau Schäufer. So. Und dann hat man hier das, was man da ziehen kann. Ja, zeig mir vor. Wenn es geht. Kann man es enger oder weiter machen. Das müssen sie dann halt selbst ausprobieren. Genau. Wie es geht. So schaut es dann aus. Mhm. Ganz praktisch. Da haben wir so ein grünes Herz verwendet. Ich kann euch mal meine Herzen zeigen. Es gibt so grüne. Es gibt solche. Es gibt solche. Es gibt solche. Es gibt sogar Rosentüte. Es gibt auch solche. Also. Wo sieht es dann am Arm aus? Mhm. Hier passt es sogar. Cool. Es gibt solche. Und dann zeige ich euch nochmal verschiedene Schmetterlinge. Da gibt es aber nur zwei von. Ganz toll, oder? Und das kommt auf meinen Haufen. Ich zeige euch schnell mal, was ich noch gebastelt habe. Auf jeden Fall, das ist es. Schau. Hier so einen schönen Haarreif habe ich gebastelt. Aber leider geht die Schmetterlinge schon wieder ab und die Blumen. Aber das ist ganz ein cooler. Dann habe ich... Aber den Haarreif habe ich eh schon im Video gebastelt. Hier so eine schöne Strähne. Dafür braucht ihr einfach weiße Wolle, eine alte Haarspange und dann malt ihr das Bund an. Aber nicht vergessen den Knoten. Da fädelt ihr es einfach durch und macht einen Knoten. Das ist ganz, ganz leicht. Da brauche ich auch kein extra Video dazu machen. Aber ihr müsstet ihr als erstes durchkämmen. Und da unten habe ich dann einfach weiß gemacht mit schwarz. Und schau. Dunkelblau, lila, hellblau, hellgrün, dunkelgrün, lila, orange, rot, gelb, schwarz, weiß. Und das war das. Dann haben wir hier von Simon einfach so ein hellblauer Glitzerstreif mit so einer Blume. Und dann steht zur Erinnerung an die zweite Klasse für Simon von Milena. Und da ist der Nico mit dem gelben und einer silbernen Blume. Der Felix mit dem gelben und einer blauen Blume. Der Nebio mit dem lilanen und einer lilanen Blume. Und dann sieht man wieder mit einer lilanen Blume. Und das war's mit dem Video. Stopp, stopp, stopp. Das sind die Armbänder geworden. Und das war's mit dem Video. 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 Und das war's mit dem Video.